Musik 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 Ich glaube, wir haben genug Waffen jetzt mit. Scheiße, die hätte ich vorher einstellen müssen. Ähm, heute Bonus nehmen wir mal mit rein und... Die ist leider nicht. Okay, wir haben Sprenggranaten. Sehr witzig. Ich habe noch nie eine genutzt. Geht's. Ja, nice, Super Red Fox, nice. Hat Spaß gemacht. Geballert hier. Verdammt. Glaubst du, irgendwer zahlt eine Belohnung für ein Tentakel? Was? Nein, aber hör zu. Die Orlocks glauben, dass das Sumpfmonster ihre Gelegenheit ist, die Goliath fertig zu machen. Du musst dich erst um die Orlocks kümmern, bevor du die Goliaths ausquetschen kannst. Gehen wir hin. Ui, da geht aber gut was ab, Tor. Alter, hat ihn richtig stark, ey. Er ist zerfetzt. Hast du ein Glück, dass du ein Schild hast, Mann. Wow. Wow. Alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Die Daumen, Super Red Fox. Was ist denn hier los? Kriege Müllhaufen oder was? Kriege Müllhaufen oder was hier so rumliegt. P Du musst höher rauf, für bessere Sicht. Von hinten. Ich sehe, da oben eine Spur an sie nahe feuern. Sie nach, wohin sie führen. Boah, jetzt greifen die auch noch mich an. Kommen, die legge. Okay. Ja, sicher! Kleiner Arsch, man. Ich will da nicht hoch. Okay, ich glaube, das kann ich nicht zerstören. Au, 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 au! Warum ich... Warum ich... Okay, sind nur Geschütztürme hier. Ne. Vorsicht. Da sind eine Menge schwerer Waffen, die den Weg zum Generator rum verteidigen. Jag sie irgendwie hoch und bahne dir deinen Weg, sonst hast du keine Chance. Sieht aus, als wollten die Orlogs die Wand mit einem Armboard durchbrechen. Perfekt. Dann haben sie den schwierigen Teil schon erledigt. Kannst du die Sache beenden? Das ist scheiße, dass man da nicht durchschießen kann. Und! 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 stirbt er heilt aus versehen wo kommst du denn jetzt her nehmen doch das medipack muss weg okay was ich bin ich tot okay ich kann ihn nicht packen ich will die nicht verschwenden ich will die nicht verschwenden ich will die nicht verschwenden kann ich nicht packen mehr okay ich will die nicht verschwenden ich habe gerade echt keine ahnung wie ich hier eine granate wäre finde steuerung stellenpuls auf sie okay gerade im spiel oder was auf kuh okay oh du affe klappt es hin danke wir können jetzt den kram damit hier wer kommt da nicht kommt da wohl raus ach okay da wäre ich wahrscheinlich hoch gekommen was solltet ihr denn hier was solltet ihr denn hier machen Das will ich nicht treffen, ja? Ich habe echt keine Ahnung, wo soll ich diese Raketen herbekommen? Ich muss hier raus! Untertitelung des ZDF für funk, 2017